Sagt mal, seid ihr neidisch oder so? Ich habe euch letztens diesen nicen Touch gezeigt und wirklich einige von euch schrieben, dass das nur Luck sei. Diesen Touch muss man sich erstmal erarbeiten. Ich zeige euch jetzt mal Luck. Das hier ist Luck. Hier, der Ball kommt nach oben. Er hat den Ball nicht, hat auch keinen Boost mehr. Und jetzt wird er angespielt und der Ball geht ins Tor. Das, meine Freunde, ist Luck.